Alter, was für ne... What the fuck, Alter! War Raid mit Spiralen übergegangen und mit Sprung da drinne. Alter, wie geil ist diese Scheiß-Map-Map. So und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu GTA Online Custom Maps. Mit dabei ist der Klein und wir spielen heute eine mega, mega geile Map. Ich muss erst mal auf meine Tastatur gucken, wo die W-Taste ist. Also, ja, ich guck da irgendwie automatisch rauf. Ich sag mal so, ich wüsste zwar, wo die ist, aber ich... Oh Gott, da muss ich... Checkpoint nicht bekommen, ja, GG, ey. Ach, das ist der Loser. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, Mann, ich bin Loser. Oh, geil. Eieieiei. Vielleicht merkt ihr es, ich habe andere Musik im Hintergrund. Ist so, ich sag mal jetzt EDM oder Hausmusik und so. Ist no Copyright. Und sofern ich jetzt so ein Copyright strikt oder irgendwie vorheberrechtliche Inhalte da drauf bekommen sollte, soll ich die anschreiben. Ach, Mann, du kleiner Wichser. Dann sollst du die anschreiben und dann... Ja, dann, äh, schreiben die den, äh, sozusagen ohne an. Och, jetzt mit platten Reifen, Junge. Also? Esel. Das haben wir. Mit platten Reifen. Ein Ohr? Mit... Nein, fuck it. Schade. Mal ein Versuch, wer. Ach, Mann, ey. YouTube macht klein. Der Fall super gut. Der ja. Ach, du scheiße. Lol. Alter, wie geil ist das denn, Mann? Wie geil ist das, Mann? Perfekt. Hört sich auf jeden Fall fresh an, die neue Musik, die hier anab... Jetzt bin ich drüber geflogen. Perfekt. Ja, nein, den Flip. Ey, ich hab gedacht, das ist leichter. Also, ich mein jetzt so, dass ich das fast fast fresh habe, aber... So, weg mit dir. Nein, Mann, jetzt fängt der Trolle wieder an, ey. So, weg mit dir. Ja, musst du gerade sagen, ne? Ja. So. Guck mal, Mann. Mann, ich krieg diesen Flip nicht ordentlich, Alter. Ah. Das regt auf, ey. Och, Klein, jetzt kämpfst du hier echt rum. Och, Klein. Jetzt fahr doch einfach, Mann. Und fuck nicht ab, Alter. Oh, Mann. Sonst schaffst du das nie in deinem Leben, Alter, weil du zu schlecht dafür bist, Mann. Oh, Mann. Lusche, ey. Ja, perfekt. Das sieht gut aus. Nice. Holy shit. Uhu, ich hab's. Als OP, OP. Sehr geiles Teil. Sehr, sehr cooles Teil. Ist auf jeden Fall ein Like wert, würde ich sagen, ne? Lass ein Like da. Ist so mittlerweile Tradition geworden bei mir, aber ist okay. Ach ja, ihr seht ja, ich bin voll überbelichtet. Und ich hab keine Brille auf. Deswegen bin ich ja so überbelichtet. Ne, ähm, nämlich ist meine Freundin da. Und die ist hinten im Bett. Sie kann ja manchmal ihr Fuß bewegen. Also diesmal keinen. Ähm, jedenfalls ist sie da und deswegen will sie das große Licht nicht anhaben. Deswegen muss ich mal das kleine Licht hier nehmen. Was mich ein bisschen zum Überbelichten bringt. Aber das sollte eigentlich nicht so durchstören. Also ist ein bisschen, ich sag mal jetzt, ist ein bisschen überbelichtet. Ja, aber eigentlich sollte es ja nicht zu sehr stören. Na, Klein, ich bin gleich wieder da, Freund. Ja, ja. Blase. Komm, komm du nur, Kumpelblase. Er ist wieder schön am Träumen zu sein, ja. Aua, da war ein Pfosten im Weg. Vielleicht war ich das oder vielleicht war es Klein. Hey. War so klar. Als ob ich nicht treff, Mann. Hull. Und, first try. Nein. Bitte. Nein. Nein. Ach, Mann, ey. War so klar, ey. Du bist auch so ein richtiger Kameradenschwein, ne? Ach, ja. Klein hat Spaß. Nice. Ja. Und trotzdem, die Auffahrt genommen, perfekt. Nein, falsche Musik, Mann. Merke ich mal gerade so. Dachte, das ist so, muss ich, muss ich mich erstmal daran gewöhnen. Weil, das sind so, ich sag mal jetzt so Mixes, die so ungefähr eine Stunde gehen, nicht mehr als eine Stunde gehen eigentlich so 59 Minuten und 49 Sekunden meistens und davon habe ich jetzt ein paar drinnen da, deswegen können wir mal im Livestream einfach so zacken, indem uns die Musik nicht langweilig wird. Ja, nein, ich hab den Flip nicht bekommen. Vielleicht hoffe ich es ja auch, Mann, ey, nee. Mann, ey. Ach, jetzt CampClean wieder, nee, okay. Oh, Klein, der Flip war fast richtig. Wollte ich sagen, immer so sagen, fast. Ich will weiter fahren. Ich brauche ein magnetisches Auto. Du musst unten gegen den Container fahren, sogar, ne? Klein, nur so zum Tipp. Also, als Tipp. Perfekt. Du hast jetzt nichts schon wieder. Doch. Ich stöß gerade, deine. Also, ich würde mal sagen, ich bin Klein ein bisschen überlegen. Ich müsste mal mit Klein ein bisschen trainieren, sozusagen, dass er auch mal ein bisschen was schafft. Und, äh, Klein, soll ich jetzt die Map beenden oder nicht? Ja, komm. Ja, sicher? Ja, sicher, sicher. Okay. Denn, würde ich sagen, wir sehen uns gleich bei der zweiten Map wieder. Sofern euch die Map schon mal gefallen hat, könnt ihr ja gerne jetzt schon mal in den Like-Button flanken. Bis dann. So, willkommen zur zweiten Map. Das wird eine mega coole Map. Ihr seht schon im Hintergrund die kleinen Elemente. Das ist aber noch nicht alles. Es kommt vieles auf euch zu, weil das ist wirklich was, wo ich sage, hammergeil, wie das aussah schon. Ich kann ja gleich mal einen groben Überblick geben. Und gucken wir mal, wo die perfekte Position dafür ist. Auch wenn ich kurz warte, Klein ist ja eh nie so schnell von daher. Kann man mal sehen. Vielleicht so. Oha, oha. Halt, auf mich einfach in der Luft dreht. Nein, 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 nein. Ach, hier haben wir nicht von richtig aufgekommen. Hui. Musst full speed nehmen, ne? Mich hat es einfach in das scheiß Luft dreht. Ha. Ach, du scheiße war das schon mal geil. Ihr seht es da hinten. Wartet mal. Ich mache hier kurz ein Bild oder wartet mal. Holy shit, Junge. What the fuck. Warte, ich mache hier kurz Facecam-Rahmen. Videoaufnahmegerät weg. Jetzt fahr. Hi, Klein. Gehöh'n? Als ob Standbild. Immer noch? Ja. Willkommen zurück. Jetzt geht's weiter. So, Klein hat eben ein Standbild. Und hier war gerade ein Cut zwischen, weil ich einfach mir gedacht habe, das muss man als Thumbnail nehmen. Das muss man einfach als Thumbnail nehmen. Der Ultra Skypack-Kuhje oder was? What the fuck, man? Denke ich mir hier auch gerade. Yo, Alter, was ist das? Leute. Alter, Junge. Was sind das für eine Spiralen, Junge? Holy shit, Mann. Hui. Oh, Alter, Junge. Nein, 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 nein. Loll. Nein. Ich war drauf und bin explodiert. Das gibt es doch nicht. Ich war, ich bin ordentlich gefahren, Mann. Ach, komm schon, ey. Also, 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 komplett full speed. Perfekt. Hui. Ne, ach so, ich war auf der falschen Bahn. Ah, ich hätte da einfach zurückfahren müssen sogar noch. Okay, interessant. Ich war nämlich, ich habe eigentlich einen Teil übersprungen gehabt. Aber da die Checkpoints da waren, habe ich es doch nicht übersprungen. Leider. Alter. Junge. Hui. What the fuck? Alles so richtig high speed hier. Komplett durchrasen. Was denn? Ja, die, die, das ist alles. Die Spiralen. Die Spiralen habe ich schon, ja. Da ist er. So, jetzt kommt wieder ein Jump, wie das aussieht. Holy shit, Mann. Alter. Hier kommt noch ein bisschen was, würde ich sagen. Alter. Ja. Ich, ich habe einen Flip gemacht und den auf die Bahnen drauf. Ja, ich auch. Und dabei bin ich explodiert. Und das Problem ist jetzt, ich durfte jetzt die Bahnen zum Checkpoint fahren und jetzt darf ich den Scheiß wieder zurückfahren. Ja, ja, aber das ist ja nicht weite Wesen. Da kommt noch mal so eine Spiralen. Wuhu. Nein. Oh Gott. Alter. Oh, voll überdreht. Weil, das geht von so langsamen Spiralen in voll Schnelle über. Ey, richtig krass. Nein, die Musik will ich nicht. Die Musik ist besser. Ich liebe diese Musik, ne? Alleine, ich, ich höre so eine Musik immer privat an sich. Aber ich darf die jetzt in meinen Videos verwenden, weil da no Copyrights drauf sind. Oh, ich habe den, ich habe den Sprung. Oh, ich habe den Sprung, genau. Die Spiralen. Nice. Wallright. Alter, was für eine. What the fuck, Alter. Wallright mit Spiralenübergang und mit einem Sprung da drin. Alter, wie geil ist diese Scheiß-Map, Mann. Aber das hast du dir immer gewünscht. Nein. Maaann. Jetzt noch mal Musik umstellen. Perfekt. Ja, sowas habe ich mir echt gewünscht, weil so eine Maps sind komplett geil. Ohne Scheiß, klein. Dann musst du mal sehen, was hier so eine Förelemente sind, ne? Also, die Map ist einfach der übelste Shit, Alter. Die werde ich zu 1000% nicht vergessen in der Videobeschreibung zu packen. Die Download ist natürlich, wie immer, eigentlich... Ach, du Scheiße. Unten in der Beschreibung zu finden, spielst du die Map mal selber, falls ihr das mal erleben wollt, ist irgendwie, weiß ich nicht, einer der besten Maps. Und ich wurde auf TS angeschrieben. Perfekt. Läuft ja. Ach, Gott, ey. Megagell. Wetten wir, ich werde gleich nochmal angeschrieben. Nicht, dass nur eine Nachricht kommt. Oder es war so ein High, wo ich nicht darauf antworte, gerade. So. Ist das die erste Runde schon gewesen? Nee, glaube ich nicht, oder? Nee, 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 nee. Alter, wie geil ist diese Map, Mann? Die ist Oberaffen geil, Alter. Alter, Junge, nochmal so was. Wie geil ist das, Alter? Ach, ich kann nur über die Map sperren, ne? Das ist die letzte Map, die ich nie spiele. Also, ich würde die... Wenn ich irgendwie eine Map-Auswahl hätte, so wirklich, ne? Von krassen Maps, ich würde die fast nach oben packen, so. Also, relativ weit nach oben würde ich die packen. Nein! Weil, die hat wirklich so Elemente, denke ich, mehr. Oh, yeah. Als ob ich gerade ohne Flachs das geschafft habe. Hast du? Hab's. Wo bist du jetzt hier gerade? Wo bist du gerade, Klein? Ja, ja, ähm, ja gut. Ich, ich, ich hab gerade... Ja, ja, ich bin, ich bin gerade an dem Wall-Wall-Ride-Spur. Ah, okay, ja, da, ich war, hier, ich bin gerade bei einem nächsten Visum. Alter, der, der geht, nein! Der geht einfach hin zum Looping über, Junge. Zwar zum Wall-Ride mit Sprung, über Spirale wieder zum Looping. Nein, falsche Musik, Alter, ich krieg die Musik nicht unten hingestellt. Bin ich behindert? Ja, ich bin behindert, ich weiß, aber Klein auch. Als ob, als ob, ich bin gerade wegen dieser scheiß Auffahrt. Ich bin gerade wegen dieser scheiß Auffahrt gerade runtergesprungen. Ui, Drehwurm. Ey, die Möp ist ja schon schwer, muss man so sagen, nebenbei. Die ist relativ anspruchsvoll, muss man dazu sagen. Ja, perfekt. Bin gerade wegen der scheiß Auffahrt, hat sie mich von Wall-Ride runtergekommen. Nein, ähm, Alter, ey. Die hat's, manche Stellen sind hier so bei, da nick ich mir so. Ja, ich sag mal so, die sind nicht so übelschwer, aber die sind schon ein bisschen anspruchsvoll, muss man sagen. Alter, 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 das sieht gut aus. Und Speed! Ich hab's nice. Den Checkpoint hab ich endlich, nach zwei Minuten ungefähr. Alter, ich Kamera, danke. Ah, schöner Looping. Alter. Ja, haha. Als ob ich immer das so weit hoch schaffe und dann die Auffahrt verkackt, Mann. Du bist halt ein richtiger Lauch, ne? Sagst du. Nee. Hä, wann hab ich denn das gesagt? Klein sagt, man würdest du mich gerade verarschen, Mann. Also beleidigst du mich jetzt Lauch, Alter. Runde zwei, nice. Mal gucken, ob die Runde besser klappt. Wir haben jetzt für die 7 Minuten 40 ungefähr fast genau gebraucht. Mal gucken, ob die Runde besser klappt. Runde muss ich hier hin? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und mein Hals kratzen. Ach, jetzt ist es schon mal ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich viel besser. Alter. Ja. Ich glaube, da wo den Checkpoint, da wo du gerade die ganze Zeit verkackt hast. Nee, ja, okay, es war doch nicht da. Nee, es ist die zweite sozusagen, es ist der zweite Wallride. Ach Gott. Es ist der zweite Wallride mit Sprung. Jetzt das Ganze auf der anderen Seite. So, boah. So, jetzt schön an der Decke nochmal fahren. Perfekt. Ich habe gehofft, dass ich das in Sinn bei mir habe. So, ich bin jetzt wieder bei den großen Spiralen. Perfekt. Perfekt. So, first try das. Wir schaffen das jetzt alles first try, Alter. Ich sage es dir. Das wäre zu geil, wenn wir das jetzt schaffen. Dann würde ich mich aber selbst feiern, ey. Du bist du doch jetzt schon. Ey, ich feiere die Map. Nicht mich. Ich feiere die Map, ja. Aber ich bin nicht so ein Feiertyp. Alter, die diese Musik, ne? Die ist richtig cool ansicher. Ich hoffe mal, dass ich die in meinen Videos verwenden kann. Oh Gott, ich dachte, ich explodiere. Weil das wäre wirklich episch, wenn ich jetzt wirklich in Copyright sozusagen urheberrechtliches Material draufkriege, wäre das mega, mega cool. Weil das ist so eine Musik, wo ich mir denke. Hört mal genau hin. Schöner Ohrenschmaus, ne? Ja, richtig. So, Klein, ich habe dich bald wieder ein, ne? Ne, ne. Ne? Okay, schade. Aber du bist schon schön weit vorangekommen, Klein. Muss ich dir lassen. Dafür, im Gegensatz zur vorigen Map, bist du echt gut vorangekommen. Das ist gerade nicht der Ernst, oder? Doch. Ist mein Ernst, Mann. Nein, 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 nein. Alter. Ja? So. Alter. Ja. Es kann sein, dass ich es geschafft habe. Aber ich glaube es nicht. Wie, 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 wie meinst du das jetzt? Oh, geil. Dass ich diesen Scheiß-Checkpoint habe, weil es mich irgendwie auf, irgendwie, irgendwie, irgendwie anders, irgendwie auf die Map gehauen hat. Also bisher habe ich, glaube ich, alles für das Try geschafft. Ne, ne. Jetzt die Spirale, die in Looping übergeht, ist es doch, ne? Ne, jetzt bloß eine Spirale. Holy shit. Hä? Hallo? Hört mal. Wo geht's dir hoch? Ah, perfekt. Ich hatte eben Panik, dass ich verkacke. Aber war nicht der Fall, habe ich dich da gesehen? Ja, ich sehe dich fahren, da recht ist okay. Ja, aber ich glaube, ich fahre gerade komplett richtig. Eee, du fährst falsch rum. Ja, aber ich habe den Punkt bekommen, ohne das Football zu schaffen. Nein! Nein, Mann, ich wollte alles First Friday schaffen, Alter. Mann. Jetzt bin ich voll der Loser. Ja, ach was, bist du auch schon vorher gewesen. Ja, was bist du denn? Musik, ich kann dabei nicht lenken, Mann. Geil. Dann brauche ich auch nicht mehr jetzt einstellen, ey. GG, ey. So, perfekt. Diese Musik, ich... Nein, das war zu hoch, Mann. Oh, jetzt kommt die Stelle schon wieder, ja. Ja. War gerade zu. Zielgeraden, also die Kurve führt den Zielgeraden. Ich schlitter so an der Bande. Kommt aus irgendwas ein Huckel und ich hau jetzt über die Bande drüber. Hahaha. Gut, kann man auch mal machen. Perfekt, jetzt haben wir das. Ging auf jeden Fall tausendmal schneller als letzte Runde schon mal. Hier waren wir glaube ich bei sechs Minuten, bin mir nicht sicher. Glaube, ja. Ich bin jetzt bei Runde zwei von zwei. Ja, ich bin gleich bei Runde zwei von zwei Ende. Nein, nein, nein. Ne, ich warte, ich warte auf dich dann so lange. Aber ich würde dann schon mal das Video gleich beenden, weil... Das muss wieder respawn. Wieder respawn. Alter, diese Map, ne. Megageil, ey. Da hast du Ziel. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut beim Clane vorbei. Lasst ein Like und Abo da. Falls euch mein Kanal gefällt. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschau. Bimdö.